Hallo, hallo, wir haben gerade einen Hacker gefunden hier, mega komisch, die Autos fliegen einfach rum, jedes Auto, jeder von diesen Iron Man Dinger fliegt einfach rum, wir wissen nicht was hier los ist, ähm, ganz ganz komische Sache, hallo, nochmal Update zu allen, Autos sind verbuggt, bitte, what the fuck, was ist hier los, was ist hier los, ach du scheisse, die Autos, das ist einfach nicht mehr normal, schaut euch das an, es steckt einfach in diesem Iron Man Anzug drin, das ist einfach, nee, er begegnet, dem Snit tot, oder, ja, nicht.